herzlich willkommen zu einer weiteren folge vor der daily shop news vom 23.09.2019 so leute wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt dann used gerne im itemshop den creator kurz sofort gleich steht tv dann auf annehmen drücken und unterstützungs kostenlos und ich würde sagen viel spaß mit dem video schauen wir in den heutigen itemshop rein und da gibt es ein neues outfit den pizza pyjama dann gibt es den pizza schlitzer ein neuer eine neue picke double picke hier und ganz rechts unten pizza party einen neuen mode wir fangen an mit der stacheligen gestreiterin prickly patroller für 800 wie wachs das teil kriegt von mir 7 von 10 ist total strange aber irgendwann gewöhnt man sich in diesem spiel an strange so hat hier ein voting von 3,455 bei 50 sports am 4 april 2009 sind drin gewesen sieben mal seitdem 31 wie meiner ist jetzt beim shop vor 31 tagen fraktal punkt sieht richtig cool aus jetzt gerade im dunkelblauen hintergrund noch viel besser klicken wir ganz kurz hier unten durch geht auf jeden fall von mir 9 von 10 der teil hat hier ein voting von 4,64 von 5 bei 14 wo es am 7 august 2009 sind drei mal seitdem 18 wie meine das letzte mal im shop vor 16 tagen taro war auch schon mehrfach drin gewesen sieht ziemlich cool auch jetzt mit dem hintergrund sieht momentan alles viel besser aus kriegt von mir 8 von 10 der taro hat hier ein voting von 3,94 von 5 bei 4 und 3 schwoz am 25 november 2018 ist erst mal drin gewesen acht mal 8 reminders jetzt mal im shop vor 22 tagen dann haben wir die lama glocke baum 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 das ist die lama bell und lama bell hat hier ein voting von vier also lama bell klingt natürlich von mir zehn von zehn hat hier ein voting von 4,59 von 5 bei 118 votes am 20 august august 2018 das erste mal drin gewesen 10 17 mal seitdem 1028 reminders letzte mal im shop vor 27 tagen hammer geiles teil so dann haben wir hier still heimlich still heimlich und das sieht natürlich mega cool auch aus hier mit diesem bad symbol und dem sternenhimmel im hintergrund macht das ganze noch viel geiler das teil still heimlich geht von mir 9 von 10 very sneaky und very sneaky hat hier ein voting von 3,5 von 5 bei 8 votes 27 august 2019 ist erst mal drin gewesen zweimal also jetzt das zweite mal sechs reminders dann haben wir diese neue pizza party oh mein gott pizza pizza pasta pasta pizza pizza pasta pasta la 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 oh mein gott und das sieht richtig geil aus da läuft einem glatt das wasser im munde zusammen ist das eine bad pizza ist doch eine bad pizza kann das sein ist da guck mal was da drauf ist drauf zur erkenntnis nein das ist einfach nur mega viel fett drauf so geile geiles ding her sofort würde jetzt total hohl drehen wenn er das sehen würde weil er sofort liebt pizza der schiebt sich meistens zwei stück hintereinander rein an einem tag und wenn ich das machen würde dann könnte man mich hier nur aus dem haus raus rollen ja also ihm macht das gar nichts aus für 200 wie wachs das teil kriegt von mir 9 von 10 ist auf jeden fall sehr sehr witzig und für 200 wie wachs auch nicht wirklich teuer so dann haben wir bis jetzt noch kein voting dafür ja gucken wir mal ganz kurz hier durch aber den bad glider noch mal peitschen knall von gestern bad signal sei auch so geil aus das bad signal genau maskierter rächer cat woman comic outfit katzen krallen hammer wir gucken jetzt einfach mal wie sich die noten von gestern entwickelt haben da geht es los hier mit den cat claws da haben wir vier von fünf bei vier votes dann haben wir den bad glider 4,5 4 von 5 bei 13 votes dann haben wir das bad signal 4,33 von 5 bei 9 votes dann haben wir caped crusader 3,6 von 5 bei 5 votes whip crack 4,67 von 5 bei 6 votes und cat woman 4,15 von 5 bei 13 votes also auf jeden fall mega geile noten abkassiert dafür dann kommen wir hier zu diesem rasenden ansturm also nochmal hier der rasende ansturm da der zorgoton dieses potten hässliche teil und da team welt alt und jetzt wenn ich noch mal die noten ein hier haben wir für team space 3,5 von 5 bei 4 votes dann haben wir für full tilt 3,92 von 5 bei 13 votes und für den zorgoton 2,4 von 5 bei 10 votes wieder ausblenden und dann rüber zum neuen pizza schlitzer ja da teile diesen pizza cutter double style finde ich persönlich nicht so gut wie den normalen geht von mir 5 von 10 und hat hier ein voting von 3 von 5 3 von 5 3 von 5 bei 3 votes so dann kommen wir hier noch zu dem pizza pyjama mit der käse ecke hinten so aber auch ohne käse ecke sieht die richtig nice aus pizza pyjama gucken wir mal da unten auf die schuhe da haben wir hier käse salami dann einen coolen coolen schlafanzug pyjama hier eine ketchup flasche so sieht es auch schnuckelig aus hier shotgun muni auch hier wieder drauf käse pizza salami der cutter tomato hat ja oder teil kriegt von mir 7 von 10 hat hier ein voting von pj pepperoni 4,5 von 5 bei 2 votes ja jetzt muss ich noch mal ganz kurz hier gucken was mache ich denn aus dem shop also pizza pyjama cool pizza party cool lama glocke cool stillheim nicht cool bett paket mega cool fraktal punkt ich muss diesem shop ich muss diesem shop ein ein love it geben also wir gehen jetzt mal hier ins voting rein dann sage ich love it 781 love it 551 jetzt mehr und 1000 1171 hate it's wenn es euch gefallen lassen mal bitte einen daumen nach oben da schreibt was in kommentare abonniert den kanal und schaltet es nächstes mal wieder ein wenn es wieder heißt verdammt nochmal der sound war aus analys 啦 analys analys hon